hallo zusammen mal wieder bei uns im testrevier unterwegs es ist bitter kalt trotzdem müssen die kerrungen und die malbäume aufgefrischt werden das machen wir gleich mal man sieht dass der malbaum wurde wieder hervorragend angenommen unser buchholztier auch zuverlässig jetzt ein bisschen an dem malbaum die schweine werden es lieben wie immer saubere hände mit dabei alles gut super angenommen die schweinchen können wieder kommen